Hi und herzlich willkommen zu meinem Dungeon Boss Guide zu dem wütenden Gewittersturm, dem zweiten Boss aus dem Dungeon, der Angriff der No-Koot. Der Boss ist auch relativ leicht erklärt. Es spawnen hier aus dem Boss immer kontinuierlich viele, viele Orbs, viele, viele Kugeln. Diese Kugeln dürfen den Boss nicht erreichen und müssen dementsprechend von uns gesoakt werden. Jeder Soak gibt einem Spieler einen Debuff und je höher der Debuff ist, desto mehr Schaden würde der nächste Soak von der Orb bringen. Das heißt also, man darf hier auch nicht zu viele Orbs soaken, weil irgendwann würde euch der Orbs soak dann wahrscheinlich töten. Man hat aber noch eine zweite Möglichkeit, um diese Orbs entsprechend zu entfernen, sodass sie den Boss nicht erreichen. Das sind hier diese riesigen Debuffs. Da sollten sich die Spieler natürlich alle verteilen und sich nicht gegenseitig davon treffen lassen, weil das auch natürlich Schaden verursacht. Aber man sieht es gleich, wenn ihr mit so einer Zone eine Orb trefft, würde diese Orb dann explodieren, würde so eine kleine Void hinterlassen, dann natürlich auch nicht drin stehen. Und die Kugel wäre aber auch auf diese Art und Weise aus dem Kampf entfernt. Es gibt also, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, um diese Kugeln entsprechend gar nicht den Boss erreichen zu lassen. Möglichkeit 1 der Soak, Möglichkeit 2 ist über den Debuff und der damit verbundenen Explosion. Ja, dann bei 100 Energie macht er halt sein Ultimate, den Electrical Storm, das ist dann einfach so ein AOE, der weggehalten werden muss. Da ist dann halt umso wichtiger auch, dass der Boss halt keine Kugeln vorgesorgt hat, weil wenn der Boss natürlich Kugeln soapt, würde er stärker werden und dementsprechend wäre auch das oder der AOE an der Stelle natürlich möglicherweise tödlich, je nachdem wie viele Kugeln er gesoppt hat. Und das ist im Endeffekt die ganze Core Mechanik, das ist der ganze Fight. Der Tank muss sich noch mit einer Fähigkeit auseinandersetzen, die im englischen Energy Surge heißt. Der Boss bufft sich für 10 Sekunden und verursacht dann in diesem Zeitraum 100% erhöhten Attack Speed. Plus Nature Damage, das muss dann im Zweifel mit aktiver Mitigation und Heel Cooldowns abgefangen werden. Zudem sollte auch immer der Tank an dem Boss dran stehen, weil es sonst extra Schaden für die ganze Gruppe geben würde und man darf auch nicht unmittelbar im Boss drin stehen. Ja, man sieht das hier, der hat hier so eine Todeszone unter sich drunter, denn dort würde man auch gerade als Millie oder Tank hohen Schaden erleiden jene Sekunde, das heißt also auf gar keinen Fall direkt in dem Boss drinnen stehen. Ja, das sind im Endeffekt alle Fähigkeiten, zusammengefasst den AOE wegheilen und die Orbs soaken oder Orbs mit dem Debuff zerstören, um zu vermeiden, dass der Boss sich bufft und ja, euch dann halt in der Ultimate-Phase mit seinem Electrical Storm killen würde. Das ist alles, ich habe alles erklärt, was es zu dem Boss zu erklären gilt. Daher, wie immer, der Aufruf an dieser Stelle, wenn euch der Content gefällt, den ich so mache, lasst doch ein Follow da, Twitch YouTube at Magic WL und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao und bye.